Eine besonders natürliche, aber doch attraktive Wange, das ist das Thema der heutigen Behandlung. Und hier führen wir die Injektion dementsprechend durch, dass es am Ende auch eine sehr natürliche Wangengestaltung darstellt. Jetzt hier die initiale Behandlung der Wangen und das in einer natürlichen Art und Weise. Und man ist sofort gesellschaftsfähig, man kann sofort raus und am Abend dann eine Gala-Veranstaltung besuchen, ohne hier eine Behandlung im Nachhinein anzusehen.